Musik Ein Schwimmer oder ein Gast merken, dass es gutes Badewasser ist. Die Qualität des Wassers stimmt. Es ist der Reaktionsbehälter, der an die Son reagiert mit dem Badewasser. Das entkeimen. Das Wasser, das zum Kreislauf rausgeht, bereiten wir selbst auf, reinigen und messen. Wenn es gut ist, lassen wir Jäger im See ablachen. Wir haben das Hals gesehen. Das wird in die zwei Brünner transportiert. Und wir brauchen die Holzschnitzel vom Ägretal, die unsere Korporation Ägretal durchliefern. Hier sehen wir die Unterwasserdetektion vom Schwimmerbecken. Und es ist so, wenn jetzt ein Schwimmer absinken würde, dann würde er beobachtet vom System, von diesen elf Kameras. Und diese würde dann Alarm machen, nach 15 Sekunden. Die Alarm wird übermittelt auf unser Telefon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.